Eine GmbH bot Chauffeurdienste bei Konzerten im europäischen Ausland an. Dabei setzte sie Kleinbusse und Luxuslimousinen ein. Die Fahrer waren besonders geschult. Sie hatten gute Umgangsformen und sprachen mehrere Sprachen. Sie fuhren die Künstler und deren Begleiter vom Flughafen zum Hotel und zu den Auftrittsorten. Auch für Einkaufsfahrten, Restaurant- und Barbesuche konnten die Künstler die Fahrer buchen. Es stellte sich die Frage, wo der Ort dieser Leistungen für Zwecke der Umsatzsteuer lag. Das Finanzamt war der Meinung, dass der Ort am Unternehmenssitz der Klägerin im Inland liege. Denn hier handelt es sich um ein Leistungspaket eigener Art, das nicht in der reinen Beförderung der Künstler von A nach B bestand. Es ging ja auch darum, für die Fahrten einen angemessenen, besonderen Rahmen zu schaffen. Nach dieser Betrachtung waren die Umsätze im Inland steuerbar. Der BfH sah die Sache anders. Die Beförderung der Künstler stand hier eindeutig im Vordergrund. Es kommt nicht darauf an, welche Fahrzeuge eingesetzt werden. Auch zusätzlich gebotene Annehmlichkeiten während der Fahrten spielen bei der Beurteilung der Leistung keine Rolle. Bei einer Schiffsreise ändern die Qualität des Essens oder die Unterbringung an Bord ja ebenfalls nichts an dieser Einschätzung. Also handelte es sich um Beförderungsleistungen. Und da diese im Ausland stattfanden, waren sie im Inland nicht steuerbar. Der BfH gab der Klägerin am Ende recht.